Bang Bang Feuerzeuge an Silvesterzeit, Schwarzpulverknall, Straßenvolleis Hier ist die Guardian, ich dachte zuerst, dass die von Veko ist, weil Veko hat ja auch dieses 64 Schuss und so, diese Anzeige, aber es ist von Helios Feuerwerk Und so sieht das Teil aus, auf das freue ich mich nicht so stark, denn die sieht irgendwie komisch aus, ist nur eine Plinkstar Batterie Jetzt kommt Guardian, ich habe keine Ahnung mehr von welcher Marke, aber Guardian Ich dachte zuerst, dass die von Veko ist Oha, Guardian, auch eine verkranke Batterie und Nachbar zünden F1 Artikel Ja Ja